Hallo und guten Morgen! Hallo, mein Name ist Tom und ich programmiere ein Spiel. Wie lange braucht man, um sechs kleine publique Aufgaben zu erledigen, beziehungsweise eine davon sogar fallen zu lassen und nur fünf kleine publique Aufgaben zu machen? Die Antwort ist sechs Wochen. Genau so lange habe ich für den ersten Sprint jetzt benötigt. Aber alle Features bis auf das Fluglevel sind jetzt in der neuen Version von Wedding Adventure enthalten. Das heißt, du kannst jetzt unten in der Videobeschreibung dem Link folgen und Version 0.6 testen. Das heißt, es gibt jetzt ein Intro-Level und die Fackeln wurden erneuert und ich habe ein paar Bugs behoben. Und am aller, allerlängsten hat diese Overworld-Map gebraucht. Nicht das Programmieren, das war überhaupt nicht das Problem. Das sind nämlich nur, keine Ahnung, 80 oder 100 Zeilen Code. Das größte Problem war das Zeichnen dieses 160x144 großes Bildes. F. Schlimm. Ohne Scheiß. Also immer wenn was kommt mit Grafik, dann weiß ich schon von vornherein, ich werde es hassen. Und ich muss mich dazu richtig doll zwingen, um es zu tun. Und so war es auch diesmal. Ich glaube, ich habe an dem gesamten Bild 8 oder 10 Stunden gearbeitet. Was total viel ist irgendwie, für das, was dabei rausgekommen ist. Aber das Ergebnis ist in Ordnung und ich kann damit leben. Es wird noch hier und da ein paar Änderungen geben. Aber ich denke, für die erste Overworld-Map, die ich so in meinem Leben gezeichnet habe, ist das schon ganz ordentlich geworden. Das heißt, als nächstes kommt Sprint Nummer 2. Und welche Features möchte ich da implementieren? Die Nummer ist ja, ich will nicht wieder 6 Wochen lang dran arbeiten. Deshalb nehme ich jetzt erstmal nur 2 Features. Und das ist erstens, möchte ich mich jetzt ans Fluglevel setzen. Das ist die größte Aufgabe. Die zweite Aufgabe ist, dass der Drachen Endboss, der ist ja eigentlich fast unmöglich vernünftig zu besiegen, ohne dass man sich totgehend zurückteleportiert und auf ihn raufspringt. Deshalb wird der Angriffspattern ein bisschen verändert und er wird einen zweiten Angriffspattern bekommen. Das sind die beiden einzigen Aufgaben, die ich jetzt Feature nennen würde. Ansonsten behebe ich nebenbei immer kleinere Bugs. Und wo wir schon bei Bugs sind, es ist ja für mich ganz wichtig, dass du jetzt die neue Version spielst und dann rauskriegst, was eigentlich total scheiße läuft. Weil egal wie gut ich das teste, es gibt immer Fehler, die ich nicht finde. Einfach aufgrund, dass ich der Entwickler bin und es gibt dann so eine Art Blindheit, so eine Berufsblindheit für Fehler, weil man genau weiß, wie man sein Programm zu behandeln hat, dass es funktioniert. Und Leute, die es nicht wissen, die versuchen es halt zu zerstören. Manchmal absichtlich, manchmal unabsichtlich. Und dann treten erst wichtige Fehler auf. Und wenn du einen wichtigen Fehler findest, dann bitte ich dich, mir den mitzuteilen. Und damit das alles einfacher ist und nicht von überall irgendwelche Meldungen kommen, weil ich kriege über Facebook, über Twitter, über YouTube, über E-Mail, kriege ich Fehlerberichte. Und dann gucke ich mir die an und denke mir so, ja, cool, krass, muss ich berichtigen. Und dann vergesse ich die aber wieder, weil ich faul bin und unvergesslich. Das ist eine total gute Kombination. Deshalb habe ich mich herangesetzt und einen kleinen Bug-Tracker geschrieben. Unter let's-gamedev.de-bugs kannst du deinen Bug, den du gefunden hast, einfach an einer zentralen Stelle einreichen. Ich gucke mir den an, ob es sich wirklich um einen Bug handelt. Und dann kommt der einfach auf meine Bug-Liste, den ich abzuarbeiten habe. Und so kann ich keinen Bug mehr vergessen. Das heißt, wenn du einen Bug findest, sag nicht nur einfach, das Spiel geht nicht. Denn das Spiel geht nicht ist keine Beschreibung eines Fehlers. Es gibt in jedem Browser die Möglichkeit, die sogenannte Konsole aufzurufen, die JavaScript-Konsole. Das machst du unter Windows in der Regel, zumindest bei Firefox und Chrome über F12. Und bei Mac musst du dich mal ein bisschen informieren. Ich glaube, das ist Alt und Command und J, zumindest bei Chrome. Und dann siehst du da meistens eine Fehlermeldung. Und diese Fehlermeldung ist für mich wichtig. Da kannst du ein Screenshot von machen und den kannst du einfach dann an deinen Fehlerbericht anhängen in meinem Bug-Tracker. Und wenn ich so einen Bericht bekomme, dann finde ich das total super, weil dann muss ich nicht zwei Stunden lang suchen, sondern ich weiß sofort, wo das Problem ist und kann es beheben. Damit erleichterst du mir sehr viel Arbeit. Also, wenn du einen Bug findest, einfach in den Tracker. Der Link ist natürlich genauso wie alles andere in der Videobeschreibung. Wenn du allgemeine Vorschläge aber hast, wie du das Spiel an deiner Stelle oder an meiner Stelle verbessern würdest, dann kannst du das einfach hier in die Kommentare reinposten. Weil das in den Bug-Tracker zu schreiben, diese Einträge muss ich löschen. Ich habe auch schon Einträge gehabt wie Great Game. Das ist nett, aber das ist kein Bug. Das ist ein Kompliment. Und sowas gehört in einem Kommentar hin. Und deshalb, also Feature-Vorschläge, die kannst du unten ins Kommentar reinmachen und dann schreibe ich mir die woanders hin. Ich habe noch so eine externe Liste an Features, die ich implementiere und da baue ich die dann rein. Ich hoffe, dass ich keine sechs Wochen brauchen werde, um das fertig zu kriegen. Aber versprechen werde ich das nicht, weil ich bin ja nicht bescheuert. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.